Das mit der schwarzen Bestie ist ja eigentlich nur ein Mythos. Punkt, 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 Punkt. La Bestia Negra ist im Spanischen auch einfach nur ein figurativer Begriff für Angstgegner, wie Dark Horse im Englischen für Außenseiter steht, da denkt auch keiner unbedingt an ein dunkles Pferd. Zumal sich die Vorzeichen in den letzten Jahren ein bisschen umgedreht haben, fünf der letzten sechs Spiele gegen Real Madrid hat der FC Bayern München verloren, schieb zuletzt zweimal gegen den europäischen Erzrivalen aus 2014, 2017. Und am Mittwoch tritt Real in schwarzen Trikots an. Der Respekt vor den Königlichen ist bei den Bayern groß, der Hunger nach Revanche jedoch auch. Punkt, 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 Punkt. Auf wen oder was kommt es im Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch 20.45 Uhr im Live-Dicker bei Eurosport.de an, was sind Bayerns X-Faktoren? Wir klären auf. Erste, Robert Lewandowski auf der Tribüne ist Robert Lewandowski gemeinhin nicht so gefährlich wie im Strafraum. Musste auch der FC Bayern 2016 17. einsehen, verlor ohne den an der Schulter verletzten Mittelstürmer das Viertelfinal-Hinspiel zu Hause mit 1 zu 2. Sein Einsatz im Rückspiel mit Elfmetertreffer und erzwungen im Ramos-Eigentor, zu wenig 2 zu 4 in. Punkt, 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 Punkt. V.A.M. Ende. Im Rückblick sagte Lewandowski dem Kicker, ich war angeschlagen, nicht bei 100% und habe mich selbst gequält. Wir sind mit viel Pech ausgeschieden, diesmal sieht die Sache anders aus, Lewandowski ist fit und ausgeruht. Dank Sandro Wagner traf 2018 in 17 Pflichtspielen für Bayern schon 18 Mal. Seine Bilanz gegen Real Madrid, 6 Tore in 6 Spielen. Und dann könnte sich der Mittelstürmer ja noch mit Toren für einen zukünftigen Job bei den Königlichen empfehlen. Video, diese Bayern-Pleite tut immer noch weh, wir sind beschissen worden, es wird etwas ganz anderes, wir sind in einer anderen Position als letztes Jahr, sagt der Stürmer. Seine To-Do-Liste für Mittwoch, wir müssen den besten Fußball zeigen, auch taktisch klug agieren und kompakt stehen. Und natürlich selbstbewusst auftreten, macht Trill einen Fehler, müssen wir da sein. Du musst davon überzeugt sein, real zu schlagen und auch so auftreten, du darfst nicht zu locker spielen, musst trotzdem in gewisser Weise cool sein. Punkt, 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 Punkt. Punkt, mit so einer Haltung kannst du deinen besten Fußball zeigen, Zeite, Thomas Müller pünktlich zur WM ist Müller wieder der Killer Müller, 4 Tore und 3 Assists in 6 Spielen im April. Unter Jupp Heynckes gilt auch wieder das van Gaal'sche Credo, wenn's um was geht, Müller spielt immer, so auch am Mittwoch gegen Real Madrid. Das Spiel kommt zur richtigen Zeit. Punkt, 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 Punkt. Wir haben gerade eine gute Phase. Wir stehen zusammen, die Qualität ist extrem hoch, der Siegeswille enorm. Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel rein, sagt der 28-Jährige, dessen Laufwege in den Strafraum so wichtig für Bayern sein können. Für Müller gilt es außerdem, eine schwarze Bilanz auszubessern, in sechs Einsätzen gegen Real Madrid gelang Müller weder Tor noch Vorlage, das soll sich ändern. Dritt James Rodriguez alles gut, sagte James Rodriguez am Samstag entspannt. Die Frage war, Keirache gelüste gegen Real Madrid. Die behält der Kolumbianer dann doch eher für sich. Auf dem Papier ist die Sachlage klar, 2014 für 75 Millionen Euro von der AS Monaco gekauft, war der 26-jährige Real Madrid drei Jahre später nicht mehr gut genug. Bayern sagte Danke, lieh James für zwei Jahre inklusive Kaufoption aus. Video Bayern gegen Real Ein Duell für die Geschichtsbücher Für James ein Affront, aber er nahm die Situation an, sechs Tore und zwölf Assists für Bayern. Bei Heinkes stand er schon 23 Mal in der Startelf. Und der Coach wird ganz genau wissen, wie heiß James auf Real ist. Vierte, die Innenverteidigung im Rückblick Fast vergessen, Bayern spielte 2016 17. im Rückspiel mit einer maladen Innenverteidigung und hätte Real Madrid dennoch beinahe rausgeworfen. Mats Hummels schleppte sich nach einer Knöchelverletzung in der Verlängerung nur noch durch puren Willen über den Rasen. Jerome Boateng hatte zuvor mit Adduktorenproblemen zu kämpfen und ohnehin verletzungsbedingt 29 Pflichtspiele verpasst. Punkt, 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 Punkt. Ins Halbfinale 2017 18. gehen beide maximal gefestigt und eingespielt. Ihre beeindruckende Bilanz, wenn sie unter Heinkes gemeinsam auf dem Platz standen, 15 Pflichtspiele, 10 Mal zu 0, nur 7 gegen Tore. Punkt, 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 Punkt. Eine sichere Abwehr ist gegen Real Madrid auch wichtig, dummerweise hat Bayern in den letzten 13 Duellen mit den Königlichen immer mindestens ein Gegentor gefressen, zu Hause in den letzten 11. Punkt, 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 Punkt. Fünfte, Jupp Heynckes über Jupp Heynckes, Mojo in der Champions League ist hinlänglich berichtet worden. Punkt, 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 Punkt. Dabei gilt nach wie vor, der Mann ist jedes Mal, wenn er in der Königsklasse antrat, auch ins Finale eingezogen. Zudem lebt der Traum vom zweiten Trippel mit den Bayern in München, würden sie dem 72-Jährigen ein Denkmal bauen. Punkt, 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 Punkt. Er folgt bei Real im Elfmeterschießen, 2018 kann sich das aus seiner Sicht gerne wiederholen. Punkt, 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 Punkt. Es ist egal, ob wir Meisterschaft, Champions League oder Pokal spielen und wie die Mannschaft formiert ist, die Spieler sind hochmotiviert, sie wollen Leistung bringen, sind topfit, sagte Heynckes am Samstag zufrieden. Punkt, 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 Punkt. Alles irgendwo auch sein Verdienst. Findet er auch am Mittwoch die richtigen Worte und taktischen Mittel, fährt Bayern mit Vorsprung nach Madrid. Punkt, 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 Punkt. Und dann wär's nur noch ein Spiel bis Kiew. Punkt, 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 Punkt. Video-Becker-Vidal wird Bayern gegen Real